Moin Moin ihr Matrosen, hier ist der Klabautermann. Herzlichen Dank! Herzlichen Dank den über 50 Abonnenten fürs fleißige Videoschauen. Über 10.000 Minuten Videogucken sind zusammengekommen. Über 200 positive Bewertungen, über 200 Kommentare. Die Inhalte werden geteilt. Ich freue mich, dass das so viel Anklang findet, was ich hier mache. Und bisher gab es zwei Runden Minecraft Spielen. Ich habe mich da auf Mods konzentriert, die Automatisieren möglichst leicht machen. Also The Big Dick und Take It Legends war das. Jetzt geht es weiter mit einer Runde DayZ oder DayZ. Und ich freue mich da natürlich, wenn ihr weiterhin so fleißig kommentiert. Wenn ich eure Anregungen, eure Wünsche, eure Ideen lese, auch eure Tipps. Ich freue mich über eure Daumen und freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Schönen Dank, schöne Grüße, der Klabautermann.